Wenn ich schlafe, bin ich in meinem Bett heute noch. Ja? Kann ich bei dir schlafen? Können wir machen. Okay. Danke. Aber tut mein Arsch noch mehr weh. Fickfett. Dann komm ich hier raus. Ja, schieb einfach raus. Geht nicht. Ja, Bruder, du musst über das Land hatten drüber. Nein, das passt nicht. Doch, du fettes Stück. Nein! Die macht die Tür kaputt, glaube ich. Die blockiert irgendwas. Fick, ja, ich hab... Junge... Ich hab noch nie so einen inkondenten Menschen... Klapp. Klapp. Ja! Hahaha! 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 Oh! This didn't age war! Hahaha!